Ein weiterer Film aus der Episode Genussradeln in Norwegen. Wir befinden uns auf der Sonngefellhochstraße. In einer unglaublich bizarren Landschaft. Etwa 70 Kilometer zwischen den zivilisierten Orten, in denen man einkaufen kann und tanken kann. Untertitelung des ZDF, 2020 und den ZDF, 2020 und den ZDF, 2020 und den ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da geht es jetzt wieder hoch